Das zu veräußernde Renovierungsbedürftige 13 Zimmer Mehrfamilienhaus steht im Rhein-Sieg-Kreis. Das im Jahr 1966 erbaute Gebäude verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller sowie einen Garagenparkplatz. Es hat fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 432 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 272 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 265.000 Euro zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.